Also die Lachübung haben wir in der Schule gemacht. Die Lehrerin kam mit einer total komischen Idee, nämlich so Lachübung, wo wir eine Minute durchlachen sollten und halt so. Dann haben so zwei Mitschüler urkomisch begonnen zu lachen so und es war auch urkomisch und urlustig dann, wo dann alle begonnen haben zu lachen, obwohl ich mir am Anfang dachte, was das jetzt werden soll, aber ja. Also wir haben dann eine Minute es geschafft durchzulachen. Also meine Stimmung hat sich so positiv verändert. Es war sehr lustig dann und ich habe auch eine Minute durchgelacht und dann auch ein bisschen länger als eine Minute. Sie sagen, ich bin sehr lustig und dass sie auch gerne so mit mir sind. Also sie sind gerne mit mir so befreundet und so, weil ich sehr lustig bin und ich bin auch zielstrebig und auch nett und höflich. Ich bin auch so gerne im Team und genieße es generell so mit anderen Menschen, mich zu umgeben. Meine Familie irgendwie und vor allem die lustigen Erinnerungen und schönen Erinnerungen. Zum Beispiel letztes Jahr war es sehr lustig mit Freunden. Also wir haben viel erlebt zusammen und das verbindet uns wahrscheinlich, wenn wir so viel erlebt haben. Es sind auch ein paar Sachen passiert, die dann das auch noch ins Gedächtnis brennen und so und es waren einfach schöne Momente. Also jeder muss das eigene finden, was ihn so glücklich macht oder so was generell jemand so mag selber und das wäre glaube ich mein Tipp für die anderen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020